Okay, ich habe keine Ahnung, ob man mich versteht. Aber ich bin jetzt mit dem Longboard Skateboard gefahren, im Regen, das war keine gute Idee. Einmal hätte es mich fast auf den Mund gelegt, aber ich habe Lust auf Timelapses. So legen wir los. 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 Noch ein kleines Update. Die Timelapses sind glaube ich schön geworden, aber ich habe mein Skateboard zerstört. Ich habe einfach ein paar coole Fotos machen wollen, ich wollte kreativ sein und Schlussendens habe ich mein Skateboard oben an eine Brücke herangehängt. Und es fiel runter, es ging kaputt, aber es fährt noch. So legen wir los. So legen wir los. So. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich war jetzt mit der Kamera unterwegs, ich wollte coole Bilder aufnehmen, es sind schöne Bilder geworden und das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich, das schönste Foto des Tages wurde mit dem Handy aufgenommen, weil die Kamera nicht genug Beitunkel hat.